Heidelberg Heidelberg, vielen herzlichen Dank für den tollen Empfang in dieser wunderschönen Stadt. Wir konnten heute morgen pünktlich in Mannheim starten und sind hier dann auch zeitgemäß angekommen. Es hat etwas länger gedauert, bis wir das Ponton richtig festmachen konnten, wenn der Kapitän ging da wirklich auf Nummer sicher. Dann haben wir es im Anschluss geschafft, das U-Boot aufzurichten und somit konnten wir hier wirklich jetzt ein tolles Bild abgeben. Vielen Dank an die Leute, die trotz des schlechten Wetters geblieben sind und genießt jetzt einfach die Eindrücke vom heutigen Tag. Die Eindrücke Die Eindrücke Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018